Eine Form von Überwindung des zivilisatorischen bzw. evolutionären Permanentrückfalls ins Kriegerische könnte theoretisch auch wie zum Beispiel eine antinarzistische Lebenseinstellung aussehen, quasi von der Ameisenebene im großen Spiel ausgehend, in der der Einzelne auf eigene Faust danach strebt, seiner eigenen individuellen narzistischen Tendenz nicht mehr zu folgen bzw. dieser bewusst zuwiderzuhandeln. Es gibt eigentlich nichts lukrativeres als das, denn Narzissmus macht unglücklich und zwar automatisch und unweigerlich. Das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse, die eigentlich auch glasklar ist, eine allerdings schlechterdings unbequeme Wahrheit, die daher nicht direkt bewusst ist, die man nicht wirklich wahrhaben möchte bzw. die man sich nicht wirklich eingestehen möchte, wahrscheinlich unter anderem auch deshalb, weil man sich das Glück im glatten Gegenteil einfach nicht vorstellen kann. Es ist dies Gegenteil halt auch ein ganz unpompöses, unscheinbares, unauffälliges Glück, ohne individuelle Macht und Geltung eben ein unnarzistisches Glück, fast schon eher eine Überwindung des Glücks bzw. eine Überwindung der Glückssucht, eine Befreiung, eine Erleichterung usw. Narzistische Zielsetzungen machen unglücklich, indem sie Zufriedenheit verhindern. Punkt. Das müsste man mal genauer untersuchen, warum das nicht längst zur allgemeinen Winsenweisheit geworden ist. Wenn die Welt nicht so dringend eine Wendung zum Guten bräuchte, könnte man auch einfach Psychologie zum Pflichtfach in der Schule machen. Andererseits müsste man die Psychologie bzw. die psychologische Forschung schon zuvor noch entkorrumpieren von sogenannten Drittmitteln. Aber das ist ein Thema für sich. Narzistische Zielsetzungen machen unglücklich. Macht, Reichtum, Geltung sind isolierend. Das Glück liegt eher in der Geselligkeit und Kooperation auf Augenhöhe, in der Interaktion, in der Freundschaft usw. Und auf der anderen Seite des Narzissmus ist auch die ängstliche narzistische Anpassung gleich Selbstverleugnung. Es kann nur die gegenseitige Akzeptanz der Individualität echtes Gemeinschaftsgefühl erzeugen. Mitläufe sind gemeinsam einsam. Denn insgeheim hat doch jeder seinen eigenen Kopf. Ich erwähne dazu mal noch drei Zitate aus einem Artikel, der 2019 in der NZZ, in der Neuen Zürcher Zeitung, erschienen ist, der eigentlich dermaßen interessant und vielsagend ist, dass man ihn eigentlich ganz gelesen haben sollte. Link anbei in der Videobeschreibung. Und das ist eigentlich der Wahnsinn schlechthin, dass die einen unglücklich sind, weil sie im Elend leben und die anderen, weil sie im Überfluss leben. Weil sie im Überfluss leben und dann durch den Überfluss vom normalen Leben entfremdet werden, beziehungsweise von menschlicher Normalität an sich völlig entfremdet sind. Also Zitat Nummer 1, Titel des NZZ-Artikels und Einleitung, Doppelpunkt. Die Schwermut der Schwerreichen. Eine der teuersten Entzugskliniken der Welt betreut an der Zürcher Goldküste Reiche. Jeder Patient wohnt hier in einer eigenen Villa mit Butler und Chauffeur und zahlt dafür bis zu 17.000 Franken pro Tag. Zitat 2, Doppelpunkt. Viele Patienten kommen als Süchtige, Drogen, Alkohol, Internet, Spiel, Sex. Sie leiden an Essstörungen, Schlafproblemen, Depressionen, verausgaben sich. High Achievers, Überflieger, nennt sie CEO Eduardo Gregi. Das warnen sie, bevor sie abgestürzt sind. Überhaupt redet der CEO lieber von Kunden. Der Psychiater Wolf Rössler, der im Verwaltungsrat der Klinik sitzt, sagt es weniger schonend. Reichtum kann ein Belastungsfaktor sein. Zitat 3, Doppelpunkt. In den vergangenen Jahren entstanden in der Schweiz viele Orts-Luxus-Kliniken, die jüngste Ende Jahr in Montreux, die mit Garantie auf Verschwiegenheit Menschen mit viel Geld für den Entzug anziehen. Zitat 4, Doppelpunkt. Zitat 4, Doppelpunkt.